bis hin das ist ein Konferenz oder was die Heimler ist exakt aber mit der Kstand müssen sie einen was kommt wenn er auch kühlen die mögliche aber bei allen aber ich habe gehört nach Primaus geht eh keiner mehr Ja, das soll total scheiß blöd sein. Gehen wir hin gleich zu den Hallen? Ja, ich gehe einfach runter. Ich gehe ziemlich schnell runter, dass ich gleich hier vorne geworfen bin. Ich würde sagen, dass wir aber gucken sollten, dass wir ein bisschen zusammenbleiben. Ja, ich habe auch irgendwie... Ich gehe dann zu Stefan. Ich sehe aber auch keiner. Ich sehe aber auch keiner. Es geht echt keiner mehr nach Primark. Das ist krass. Aber vor uns an der Küste sind welche. An der Küste sind welche runtergegangen? Vor uns hier? Ne, die andere Seite. Hinter uns. Richtung Geo... Richtung Geo-Pool. Krass, dass hier echt keiner mitgekommen ist. Ja, die haben gesehen, Wiewer springt ab, haben sich gedacht... Was, Wiewer springt raus? Ich gehe da nicht hin. Käpt'n Fischstäbchen, folgt ihm. Wir gehen da nicht hin. Ich habe eine K. M16. Schönes Profil mit Franz. Ja, das war toll. Das war toll das Bild, ey. Ich habe ein Achtervisier für dich gefunden, Lukas. Ich habe ein Achter-Visier für dich gefunden. Nice, Ossie. Wie gesagt, der Loot soll hier scheiße sein. Ich finde keine Achter mehr hier. Ja, aber seit dem Update ist das besser. Ah, okay, seit dem Update. Boah, ich sehe die Zone auf dem Radar. Das ist doch awesome hier, ey. Warten wir eine Runde ab und dann gucken wir, ob wir auf Militären sind müssen. Ja, da ist er. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass wir auf die Militären sind müssen. Was ist los? Hast du dein Kleid an? Na, du kleiner Lachs. Wie macht der Lachs? Wie? Mach mal lauter. Wie macht der Lachs? In der letzten Halle ist es noch eine Bratpfanne. Sie weiß es noch. Falls jemand eine haben will, in der letzten Lager. Entschuldigung, Bratpfanne habe ich. Oh, eine S12K. Nehme ich mir erst mal mit. Wer macht Ohnein? Wo stehtst du in deinem Kimmer? Sag mal, der macht Ohnein. Ich sag, wer macht Ohnein? Na, der Franz brüllt sie zurück. Ich lache. Ist das cool. Alles gut, Larissa. Nehme ich mir. Wenn man Kinderdümheiten beibringt. Das ist Erziehung. Die weiß schon automatisch, dass nach der Frage, wie macht der Lachs die Frage, komm, wie macht der Franz? Oh, herrlich, ey. Also, ihr wisst, der Küscher immer einpacken, ne? Sie, Küscher. Absolut wichtig, ne? Achso, dann kann ich ja die Crossbow mitnehmen. Sie, Crossbow. Ich habe eine M4 und eine K. Ja, ich bin sehr glücklich. Und hier liegt eine Crossbow. Ja, wie gesagt, ich habe mal gesagt, das ist nicht, aber so ein anderes Snapperzeug habe ich jetzt nicht. Ach, das kommt mir schon sehr zufrieden. Hier liegt noch ein dunkler zweier Helm bei mir. Tommy, brauchst du noch einen Helm? Jo. Nö, ne? Wie einfach so präzise gesagt wird, ein dunkler Helm, ne? Ja. Aber, das ist doch schon essentiell. Auf dem Testerweil, hätte ich jetzt gesagt, ist nur ein dunkler. Ich bin trotzdem ziemlich dunkel. Aber man passt einfach besser zu der Lachshose. Ich bin bei der M6. Tommy ist nicht eine Waffe. Ich habe eine... Wahrscheinlich bist du ja direkt neben mir, ne? Das ist so eine Tomygang. Das ist so eine Tomygang. Das Visier habe ich leider nicht. Oben in dem Haus liegt noch ein Schnellwechselmagazin. Fisch. Wenigst eine P810. Hat jemand einen M6? Ich habe einen taktischen Schaft gefunden. Äh, eine M4. Ja, ich nehme es. Wenn du dich dann drum kloppen. Ich gehe dann aber auch auf die andere Seite. Ich gehe dann aber auf die andere Seite, ne? Äh, noch ein Haus weiter. Noch ein Haus. Mhm. Es ist noch ein Haus zwischen den beiden, was ungelootet ist und... Das blaue, ne? Genau, das blaue. Ah, Lukas, kannst du noch einen Sinn? Gestern unser schöner Doppelheadshot, den wir angegeben haben. Bitte was? Aber schön. Unser Doppelheadshot, den wir nicht erzählt haben, der war gut. Äh, Schallian Feuerwaffe. Hier liegt noch ein dunkler Zweierhelm. Hab ich gerade einen Dreier gefunden. Zweierhelm. See. Auch hier, aber... Ach, ne. Ansonsten habe ich nur ein Satz-Zeug erstmal, bis auf den Helm. Hier liegt noch eine AK. Die Tommy geht jetzt hier durch die Häuser, dann gehe ich mal weg nochmal in die Mitte. Oh, und am 4. Na, jetzt sind wir die M4-Boys, oder was? Oh, ich habe nur einen M16. Na, 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 na. Das ist gerade genau so ein Außenseiter wie Passier. Hm. Warte? Du? Haust du wieder ab? See, abholen. Lauter. Hier ist auch noch ein Zweierhelm. Also, 5-Win-Money habe ich aber diesmal genug. Dann, ich habe 120 Schuss. Wie viel? Ich habe 150. 120. Ich habe 200. Ich habe schon 90 Reserve. Ähm, Tommy, ich habe noch ein Holo-Visier gefunden, falls du das möchtest. Ja, gerne. Gar kein Video. Also, ich kann nachher jeden Bissen abgeben, wer will. Aber ich habe jetzt auch genug. Ich habe gerade nochmal drei Päckchen gefunden. Also, ich habe einen Sammelshofen. Also, Tobi, ich habe einen Tommy-Gun. Interesse? Nö. Ja, ich habe jetzt auch nochmal fünfmal gefunden. Also, ich denke, ich bin auch gut. Oh, ich habe noch einen Vierer-Scope. Oh, ich habe gerade eine SKS gefunden. Die kommt dann so. Ist er das hier? Lukas? Ich wollte gerade fragen, ist dir was, was wir zu haben? Wirst du lieber das Acht oder Vierer? Ne, das Vierer würde ich lieber nehmen. Ja, dann kann man das. Mit der Karte dann wahrscheinlich. Auf Long Range wahrscheinlich. Hm, Long Range. Ich bin auch nicht jeder. Man hätte es ja auch kein Vierer-Visier. Die Knochen-P. Muss ich noch Waffen ankommen oder seid ihr alle zufrieden? Ich habe einen Schali im K. Wenn ich mich immer doch nicht mehr haben will. Oder einer anderen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Also, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Was ein paar Mal. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. ich bin auch durch die Besten ich habe es in nur die eine zwei Wessel von die selbst trage ich habe noch gar keine Garten Westen überhaupt gesehen also nur ein so ich sitze nur eine Einzelten ein Satz ist ja auch nicht so viel gefunden oder ich achte einfach ganz darauf dass ich nur zwei aber hier ist ein Köcher wir müssen jetzt alle Gebäude haben oder seid ihr hin ganz unten an der Küste? bei mir ist das im Süden habt ihr die im Süden die Häuser? wo ist denn Süden? ja ich bin gerade im Süden also jetzt die Straße runter ihr habt das kleine Dainer auch eingefangen ja genau keine Dainer habe ich gerade gemacht alles und in der Mitte müssten wir auch alle Häuser haben oder? in der Mitte arbeite ich mich gerade hin das kann ich nicht beurteilen ich habe noch eine 8er Optik gefunden nice cool ich habe eine 2er Weste hier gerade gefunden hier war einer nicht in so einem kleinen Bunker drinnen hier ist noch ein 2er Helm also ich habe jetzt 2er Weste ja Lukas dann komme ich mal zu dir ich bin komplett auf 3er hier kannst du mir das 4er geben warte mal hast du das Haus hier schon? das gelb oder? bei mir ist es noch ein 2er Helm hier liegt auch noch ein 2er Helm hier liegt auch noch ein 2er Helm ich glaube 2er Helm haben wir jetzt alle bist du noch ein hellart 2er Helm? ich wissen so Lukas ich komme zu dir ich sehe und welche Aufsätze für 3er hast du abkennender weitergefunden? ja dann ist jetzt hier noch eine 2er Weste ich bin komplett auf 3er hier oder ein Griff oder irgendwas? hier ist ein Griff gerade zufällig oder ob ich einen Braucher? ne für mich, für die SGS ähm brauchst du das noch? ja, danke ach hier liegt noch ein abgewinkelter dann nehme ich lieber den hast du noch den taktischen Schaft? ja das letzte was mir für die M4 fehlt nice, danke Franz, was hast du für Waffen? äh, M4 und UMP achso, hat jemand noch ich habe hier gar keine AK gefunden nix ja, ich kann hier ein bisschen geben bei mir wäre noch eine 1er Weste soll ich jetzt auf Vector umschalten? nix 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 schrotzen äh, guck ja, wir haben Lukas und ich ich habe ein einfaches Magazin dafür das kann noch stattfinden ja, das ist geil, bringst du es mit? äh, ich guck schon mal nach dem Boot, ne? ups, die Zone Franz, ich komme zu dir für den Schally nix äh, naja nix 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 Okay, gut, ich hab ihn. Nice. So, dann sind wir soweit eigentlich gut ausgerüstet, wa? Jo, kann auch. Ihr könnt da ja zum Boot kommen, das steht hier genau an der Kante. Jo, ich bin unterwegs. Ja, was sagt ihr? Wahrscheinlich scheiße, oder? Bitte ich auch sagen, ja. Das ist aber fraglich. Achtervisier von euch will ja keiner mehr, ne? Ich brauch gar nichts, ich hab schon. Wir könnten natürlich auch erstmal, wie beim letzten Mal, Lukas abwarten. Wo die Zone wirklich hingeht. 2,50m jetzt durchs Meer fahren. Ja, das Boot ist tankesvoll, egal. Wir können auch auf die Insel fahren, wenn ihr das wollt. Wir können ja, so wie wir es zuletzt gemacht haben, hier an den Strand fahren. Da dockt man das Boot ja nicht auf dem Festland auf. Ja, das bleibt dann ja im Wasser stehen. Dann chillen wir erstmal hier an der Kante. Und wenn die nächste Zone dann halt wieder auf die Hauptinsel geht, dann gehen wir halt mit dem Boot wieder rüber. Ein paar Mal mit dem Boot wieder rüber. Jo. Also Viva, du hast Pleen, ne? Also... Toll, oder? Das ist ja bisher Viva. Das ist ja bisher Viva, unser Lachsführer. Ja. Ja. Oh, Franzi. Cool, Viva, 3-3 erhebbar bist. Toll, ey. Ja. Ja. Also der hat lieber... Der hat lieber zum Führer ernannt. Ich mich selbst, das macht ergreifend. Das ist einfach so. Das war damals schon bei Rainbow so. Ich dachte, dass der ja damals ein Flachsmenopel gewesen wäre. Nee, wenn ein Pazzi dabei wäre, dann würde er noch sagen, ja, ich hab hier umgeschrieben. Ja, scheiß Schleimer, ja. Oh Gott, ich hab hier wieder angeschrieben. Oh Gott, ich hab hier wieder angeschrieben. Hau die. Guck mal. Schön, wie du das Boot geparkt hast. Ich bin hier direkt auf den dicken Stein gekommen. Ja. Schön. Schön. War da oben grad was? Ja. Neee. Neee, da war nix, nee. Stimmt nicht. Wie sieht's mit Hailshack bei euch aus? Ich hab jetzt noch zwei Schmerz und vier Energy. Drei Kästen. 3 Kästen. Ich bin doch irgendwie nicht mehr viel am Leben. Wie bedreust dich noch? Na, erst Hilfe kochen. Drei Kästen, 15 Verbände, drei Energies glaube ich, und einen Schmerz mit der�schaft. Äh, wo geht ihr hoch? Ähm, Moment Franz, das ist so großartig. Es gibt da einen ganz leichten Weg. Du musst da, wo Stefan, glaube ich, ist. Ja, kannst du relativ gut hochlaufen. Hier rechts, links von dem Stein eigentlich. Von dem dicken Stein. Hier gibt es einen ganz leichten Weg. Ich kann noch mal kurz runtergehen, um euch den Weg zu zeigen. Ich habe hier einen meisterhaften Sprung hingelegt auf den Stein. Hast du auch geschafft, Tommy? Alles klar. Ja. Da siehst du, die Zone kommt gleich, dann geht das ab. Ich gehe hier zu diesem Stein. Naja, genau. Aber ich gehe da nicht hoch, da ist man sonst so auffällig. Aber auch wenn man im Gras liegt, sieht man dann auch 300 Liter. Achso, Tommy. Nee, einfach nur einen Klumpen. Ja, Tommy, brauchst du noch das Holo-Visier? Ich habe das hier. Äh, würde ich noch nehmen, ja. Ja, hier, ich hab's dann wieder. Erfatz ist der Magazin für die FSB. Ich, 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 ich. Hat hier mal zufällig ein erweitertes Magazin für ein Sturmgewehr übrig? Nee, übrig nicht, aber ich kann dir das geben, wenn du willst. Hier, Tommy, wo ich stehe, ist das. Ja, also ist jetzt nicht das Wingen, so. Von mir aus kannst du das. Ich dachte gerade, da wäre was. Hast du mir vorhin keins angecalled? Wie war das Schnellzugriff-Magazin? War das. Hm. Ja, gut, wenn es wirklich auf die Hauptinsel geht, wir können ja notfalls immer noch hier gucken gehen. Vorne, vor uns die Häuser. Ja, aber das liegt. Okay, scheiß. Das ist jetzt nicht so zwingend alles. Leben wir nur noch 30, man. Ja, das geht schnell in der Runde. Sind bestimmt alle nach Porinki oder so gegangen, wenn keiner nach Primark gegangen ist. Nein, egal. Porinki! Porinki! Pots! Jeder hat geglaubt, dass der Team mehr ins Porinki geht. Primark, äh, Primark. Primark, da ist gar nichts rausgegangen. Oder da geht alles raus. Dann können wir in Ruhe mit Porinki looten. Voll unbeliebt geworden. Ja, ich hab euch jetzt auch gestaunt, dass da keiner, dass wir die Ensign waren. Ja, das war echt verrückt. Dann will man einmal frühe Action haben, ne? Und dann... Tja, dann ist man zum Chicken Dinner gezwungen. Ja, dann muss man ja das Chicken Dinner holen, ne? Fürchterlich, ne? Vor allem die ersten 25 Minuten von dem Video ist nix los. Man sieht uns nur looten und quatschen, hört man uns. Und dann mit eben mal zum Begegner. Peng, Chicken Dinner. Man kann uns nichts vorwerfen, wir wollen nichts. Weil der noch durch die Zone selbst stirbt, ne? Ja, das... Ich glaube, ich habe zwei oder drei Chicken Dinner so geholt, dass die Gegner durch die Zone gestorben sind. Ja, bei uns war ich mal nicht sicher, wenn der eine Typ den mit der Granate einfach in die Zone reingeboxt hat, ne? Bei einer Runde. Das ist ja Bullshit. Das war wirklich so... Er musste oben auf dem Hang sitzen und es war die letzte Zone. Er schmeißt die Granate hoch, auf einmal so... Tod durch Sturz. Er kam aber nirgendwo bei uns runtergefallen. Deswegen glaube ich, dass er einfach mal durch die Granate weggeschleudert wurde. Ja, guck mal, war die echte Entscheidung. Ja, können wir machen. Wenn ihr nicht zu den Häusern wollt, einfach hoch auf den Berg hier rechts, oder? Auf den Berg. Ja, auf den Berg. Auf den Berg. So hättest du es gerne. In den Osten, da willst du hin, Stefan, ne? Ja, ja. Ne, ne, wir gehen mal schön in den Westen. Wir müssen ja in den Westen. Wir müssen ja uns jetzt für den Westen... Geh doch in den Westen. Spring doch runter ins Wasser. Geh doch. Westen? Die Steffen aber so geil auf dem Gebäude ist. Aber ich geh mal mit. Ja, manchmal liegt ja noch was. Eine 3er Weste, 3er Rucksack. Ja, deswegen, der Weste wäre nicht so schlecht. See, ich bin auf komplett 3er ausgerüstet. See. Echt? Ich hab nö, das ist eine 2er Weste. Ich hab eben gecoldet, das ist dann noch besser. Siehst du, äh, den Wangenpolster und 2 Energy. Wie viel Energy habt ihr hier? Ich hab jetzt 5. Ich kann auch noch, äh... Äh, wenn du mir ein oder 2er... Ich hab 2 Schmerzmittel in deine Hände. Äh, ich hab 2... Gibt es hier, Franz? Ne, hab ich nicht. Nimm dir die 2, Franz. Ich geb Tommy die 1 auf. Fahrzeug, ja. Wo? Wo bist du, Tommy? Oben auf dem Berg, schon ein bisschen weiter oben. Ach, Tommy, wo bist du? Du bist ja schon da hoch. Ja. Da ist grad ein Fahrzeug gefahren. Ja, auf dem Berg. Ja. Ich glaub, die sind stehen gebiegen. Ja, wir kommen. Wo ist denn die, oder? Egal. Wir müssen die aber erstmal sehen, oder? Ja, kommt genau. Ich geh ja zu dem Steinnitz. Vielleicht sind die bei diesen 3 kleinen Hütten da oben, oder? Nein, in der Hütte. Die sind in der Hütte. Die sind bei den Hütten. Der eine ist... Ja, die sind da, Alter. Links ist auch noch einer in der linken Hütte. Ja. Einer ist... Nate. Links hinter der Hütte ist der eine. Hab einen. Einer hat einen Hit, glaub ich, den ich schon getroffen hab. Oh, der hat eine 3er, wirst du? Nate. Boah, der hat mir dick abgezogen. Boah, fuck. Ich geh aus der Hütte raus. Ich muss mich kurz halten. Helfen nach links. Wow. Alter, muss mich schnell halten. Ja, kannst du noch ein Stückchen runterkommen, Franz? Oh, links von mir. Hab doch, der ist raus. Auf einen. Schön. Scheide, grad Franz. Aber Stefan. Okay, meine Rüstung bekam nichts ab. Im normalen Fall. Der eine steht da noch. Ich treffe leider nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, hinter mir ist... Nee, war nicht. Oh, das ist der Tommy, ey. Nee, 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 hab ich. Dann treffe ich natürlich genau, wenn der stirbt. Ich hab dich erschrocken. Dann treffe ich. Haben wir alle? Ja, das ist der letzte Zweck. Ich hab mich... Ich hab mich richtig erschrocken, weil Tommy neben mir geschossen hat auf einmal. Oh, Schalldämpfer... Hier ist noch ein Achterscope. Sturmgewerbs nimm ich mir. Ich nehm die... Ich nehm mal... Ich wechsle mal auf M4. Kann ich mir vielleicht das Achterscope nehmen. Ja, erweitert es. Weil der Typ mit entscheidet einfach. Jetzt machen wir noch das Achterscope. Jetzt machen wir auch einen Achterscope. Hat jemand auch einen taktischen Schaft? Äh... Ja, hier liegt sogar einer in der Hütte Franz. Aber nicht in dem Loot, sondern hier direkt. Lukas, du wolltest noch einen Arbeiter... Aber ich hab' ich grad gefunden, hab' ich grad gefunden, hab' ich grad gefunden. Ich hab' ich grad gefunden, danke. Ähm... Ich bräuchte... Vielleicht das Achter Visier, wenn das... Ja, in der ersten Hütte da, da war Franz gerade. Wir gehen sie und dessen Loot ist das. Hier ist auch noch einer. Ja, ich hab's. Hier ist auch noch einer. Okay. Der, Stefan. Leg bei mir. Stefan. Na, cool. Danke. Das hat jetzt... Das hat keiner mitbekommen, das weiß ich ja gar zu dicke Kämpfer. Ich mach' noch ein Achter, ich mach' noch da. Weil hier liegt ja noch ein Achter. Ja, sag' dich doch. Äh... Okay, in der nächste Saison geht Richtung Brücke. Also ich hab' auch noch ein Zweier Visier. ...gehabt. Zwölf Gegner noch. Ah, dann pack' ich das Achter auf meine SKS, genau. Warum mach' ich das nicht einfach so? Ah, zack. Äh... So, vielleicht noch drei Spurzeln, ne? Da ein bisschen Schmerzmittel oder sowas abgeben. Ich kann dir noch drei... Ich geb' dir noch zwei Energies, wenn du willst. Ja, ich kann dir eins Schmerzmittel. Ja, hier bei mir in Franz. Wir müssen noch gleich weiter. Franz, wo ich sitze, hab' ich was hingeschmissen. Ja. Hab sie. Hier? Willst du noch meine oder brauchst du nicht mehr? Ja. Okay. Okay. Okay, zwölf Gegner. Ja. Naja, vielleicht sind wir ja nur noch drei Trupps. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, ja, ja. Ich find's auch gut, dass wir gerade von oben... Dass wir ein bisschen von oben kommen. Ich hätte hier ein paar mehr... Ich hätte hier ein paar mehr... Lieber noch ein paar mehr Bäume. Ah. Guck mal da vorne an der Erkannte, wo die Bäume sind. Da müssen wir schon... Da müssen wir weiter rechts... Da müssen wir weiter rechts laufen, glaube ich. Da müssen wir weiter rechts laufen, glaube ich. Das sind die Steine und alles. Ja, ich hoffe, dass... Ich glaube, dass die Steine hier rechts mit dem... Die zwei Steine mit dem Baum sind in der Zone. Jupp, glaub auch. Ja, safe call. Ja, ich kann nicht nach unten zu den Häusern gucken. Das ärgert mich grad'n bisschen. Welche Häuser Richtung Westen? Ja. Ach so, okay. Da unten wird auch geschossen. Oh, da sind doch welche. Äh, sind gerade tapisch. Ja, die können die doch bekriegen lassen. Die machen sich ja gegenseitig fertig. Ja, ist ja klar. Und falls die noch mal looten sollten oder sowas... Ich hab mal Scheibe. Der Arterscope könnt ihr ja mitmischen. Also wäre natürlich schön, wenn man mit dem Scheibe auch schießen würde, wa? Und nicht mit der SKS. Au. Mich wird geschossen. Auf mich. Von der Brücke aus wird, glaube ich, auf uns geschossen. Die sitzen nämlich auf der Brücke, die Typen. Auf der Brücke? Ja, direkt auf der Brücke. Da sind drei Mann. Stefan, du musst ein Stückchen nach vorne. Also Stefan, du bist auch nicht in der Zone, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Ja, mach ich gleich. Ja, die Sonne kommt jetzt. Ah, die Typen sind auf der Brücke. Und dann waren ja die Typen unten. Acht Gegner. Ist auch ein 8er Visier. Okay, hinter uns kommt nichts mehr, so wie es gerade aussieht. Stefan zu, ne? Ja, auch nicht. Aber auch nicht. Ja, die sind uns in die Häuser gerannt, die Typen. Okay. Ah, das ist schön. Wir haben ein bisschen Deckung. Die Bäume jetzt hier vorne. Also Brücke und links bei den Häusern ist was? Ja, auf mich wird geschossen. Oh, der ist da. Der ist da. Der ist da noch. Der ist da noch. Also ein Kumpel rennt jetzt hin zu ihm. So, noch zwei Sekunden. Die Typen sind auch zu dritt. Einer ist unten bei der Mauer mit den Löchern. Bei dem kaputten Auto. Auf 305. Und der andere ist bei dem Stein weiter links am Zonenrand. Der andere rand jetzt los. Ja, der ist jetzt an der Kante. Mist. Wo siehst du was? Unten bei der Brücke. Ah ja, ich sehe ihn. Da ist das den einmal gewittet. Von wo schießt der Typ denn da gerade hin? Oh, unten sitzen drei bei den Häusern noch. Ich bin da jetzt unter dem Stein. Die ziehen noch zu uns, oder? Aber die haben auch Rauchgranate geschmissen. Es könnte sein, dass die kommen. Einer kommt jetzt hoch. Die sind zu zwei rechts von uns auf Norden. Da sind unten zwei Bäume. Die kommen jetzt hoch zu mir. Zwei Mann. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Die kommen jetzt zu mir. Der dritte ist weiter links bei der Rauchgranate. Die da links ist Lukas. Granate? Handgranate? Verheil mich! Der ist direkt neben mir jetzt! Der ist da gelaufen, Lukas. Ohohoho. Scheiße, 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 scheiße. Ja, der ist links. Links von dir. Links von mir? Der lootet mich wahrscheinlich. Äh, genau noch nicht. Ich weiß nicht, ob er das gesehen auf jeden Fall. Ohohoho. Ohohoho. Also der war direkt neben mir als die Granate, als er die Granate geschmissen hat. Der war relativ nah bei mir der Typ. Ich hoffe, dass ich den irgendwie vielleicht in den Rücken fallen kann. Todes! Ja, da unten laufen sie. Da links. Das ist ja nach Todes. Ach, da unten bei dem Baum ist der Grund. Mit der roten Krone. Mann war natürlich genau zwischen den zwei Teams, ey, das war natürlich ärgerlich, ey. Die hätten aber einen dicke Wum, ey, wie die mich da down geholt haben. Scheiße, okay. Bei den einen, die auf mich hochgeschossen haben, die haben wirklich fast jeden Schuss getroffen. Mhm. Aber auch...